Ihr holt eine Fahne mal rum. Die ist schöner als die Asse. Jeder denkt dran, die haben noch eine schöne Strecke. Kann ich hier auch mal eine verpacken? DJ3 nach dem Schlagerhof. Genau so, 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 so. Guck, du bist so gut. 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 Zwei große Ebenen, die haben uns hier am Anschiss. Echt? Die haben uns Marlo und wir haben mit ihr Anschiss gekriegt. Aber so war es so. Ja. Die haben sie keine Ahnung, die haben rumgekult. Die sind doch recht da. Aber so war es so. Aber ich meine, wenn du mit so einer Scheiße auch kummelst, die das Wunder am Alten sagen darf, aber auch mehr am Krieg. Ja. Die haben keinen Ehrgeiz mehr. Die sind doch recht da. Die sind doch recht da. Die sind doch recht da. Ich glaube, wer solche Leute schmalst, man muss sich auch noch ausgaben. Bei mir war laut guter Gesicht. Wenn ich guter Gesicht bin. Das war ja kein Wunder. Scheiße. Was hat der schon im Status gemacht? Das hast du schon gesehen. Ja, da war ich schon ein bisschen klar. Ich habe meine Assoziation, also meine ganze Assoziation. Ich habe auch noch nichts. Wir stehen bei gerade zwei Wochen vorne, wenn der so ein Lacherfall kriegt, auf der Kurve ist. Du hast den laut, der laut gewundert worden. War gut, weil der Lacher mag, was cool. Ich sehe nicht. Daraus ist dumm. Das war alles klar. Jetzt geht's jetzt rein nach dem Schlag. Genau so sieht's aus. Ja, ich sitz das erstmal hier. Ja, ich sitz das erstmal hier. Ja, ich sitz das erstmal drinnen. Ja, ich sitz das erstmal drinnen. Ja, ich hab regulär gefahren. ملgar. Vom Gang ist noch ein ganz viel geholteres Gymnasium. Ne, ich hab jetzt weiter geholteren können. Und mich kann's hier nicht aufbauen. Ja,ист ist eben mit der Komplex. Ja. Ja, sieht genau so aus. Ja, ist ja. Ja, ist der beste Tag. Nicht besser ist drauf. Lächste! Meine Fans waren... ...und dann muss man nach einer Hand gehen. Aber du, Andi, schaffst du das, ne? Ooooooh! Ja, hat mich ja auch nicht getraut. Ey, hier ist das Ding! Wer ist das Ding? Ey, da bricht weg! Hey, Jolo! Der weg, ne? Ja, shit! Decker nehmen! Ich bin heute mal ein Gift. Ich bin heute mal ein, oder? Ja, aber da ist schon... Hey, Jolo! Das war ja der letzte Kevin. Nein, wir kommen hier mal sehen! Du weißt doch, was du von 340 an... ...ein von 3 an... ...ich bist du so, dass du nicht vorhanden hast... ...ne? Ich hab's schon vergessen... ...ich habe ich auch noch mal gegessen... ...und dann ist schon noch so was... ...das kann man nicht reagieren, was? ...weil ich nicht reagieren kann? ...weil ich nicht, was? ...ein mal viel über den Kopf mit dem Kopf... ...und dann wieder getanzt haben... ...wenn der Gericht eigentlich begonnen... ...weil ich nicht, wo ist das noch? ...weil ich nicht... ...weil ich nicht verwaclife kann... ...kommt... ...kommt... ...ie Monster... ...weil ich nicht! Das ist kein Ding. ...??? ...ne verdad ist, ...das ist transparent. Das Ganze symmetrical ist aufsichtig. Das ist nggakrichter aus. Keineutobeweise nicht Dieu. Ja, ja WORK. Weiß ich noch mal eine Sesse vor uns? Wieso muss ich jetzt sein? Hey, halt schon ein bisschen, das ist so hoch. Nee, eigentlich ganz besonders. Nee, ich sag mal, der ist noch nicht. Weiß bitte. Weiß bitte. Ich dachte, das ist schon ein bisschen so, dass wir jetzt kommen. Ja, ja. Ich hab noch mal eine Lektion. Ja, weil ich glaube ich die ganzen iPads abgegeben habe. Das ist krass aber. Wie weiß man, wo er schenkt? Alina, das hab ich gehört. Das ist ein Kanzelwerk. Gibt's hier Kanzelwerk? Ich geh mal von Scharker-Panz. Scharker-Panz. Ich kann doch, ja, ja, passen. Oh, ja. Ja, ja. Das ist ein Kanzelwerk. Das ist ein Kanzelwerk. Ja, das ist ein Kanzelwerk. So kann man's machen. So, Thomas, was hat er gemacht? Ich hab ihm gesagt, er soll schreiben, schöne Grüße aus dem ersten Wagen. Ja, ich hab' ihm gesagt, er soll schreiben, schöne Grüße aus dem ersten Wagen. Kaum schöne Grüße aus dem letzten Wagen. Ja, dann halt Schluss. Ich hab' erarbeitet. Wie viele sind das? Wie viel ist das im Geld? Ja, aber man macht eigentlich auch noch, oder? Wir haben's gar nicht. Ja. Ja, das ist ein Team. Team Leidner. Wir sehen, wie das Schott ist einfach. Viel Wittes, die sich beim Präsentieren haben. Ja, wir haben schon ein Kumpel mit dem Plan. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist. Und man macht jetzt auch seinen Job. Und ich finde, ich möchte die Präsentation machen. Ja. Ich schätze ich. Ich bin dank ich das jetzt. Ich sehe ich schon. Ganz gut. Der Alterschein. 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 Das bringt doch nichts. Das sind 126 kg. 126 kg. Das ist. Oh. Das ist schon. Das ist ein Schott. Aber du kannst auch 7.000 Steuern wiederholen, in der weiten Arbeitgeber. Der ist auf der Hälfte gekommen, am Köpfen dazwischen. Du hast den Köpfen, aber woher da bist? Ich habe den Köpfen dazwischen, weiß ich doch. Ja, da wundert es mich, aber als Kind geht es blöd ab. 120.000 Euro. Ja, das ist halt klar. Sag mal, ich soll einen Tischbrüchen bringen. Das sind zwei lange Arbeiten. 10 Stück? Da brauchst du einen Tischbrüchen? Ich hab heute Morgen noch einen Tischbrüchen. Nee, heute Morgen noch einen Tischbrüchen. Oh ja, Fischbrüchen. Niener, du gibst Fischbrüchen aus. Nein, doch. Ein Bisschen, bitte. Hier? So, ich kann sagen, der neue Blogger will nicht. Nein, 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 nein. Ein Baumwarten. Einfach so. Oh ja, ja. Hat das Teppchen schon beim Fuschbrüchen? Das hat das, was hat das? Nee, das ist die Pfarrer, aber hab ich veruscht. Ja, das ist die Pfarrer. Das war die Pfarrer. Das war die Pfarrer. Das war die Pfarrer. Ja, das war die Pfarrer. Das war die Pfarrer. Also ich hab auch schon bei Hannes gepfesse einmal, weil wir uns mit nur hier zugesogen waren. Erinnerst du dich noch, wo ich am Anfang mein Schlüssel verloren habe? Ja, dein Schlüssel? Ja. Wir haben alles in der Pfarrer. Wir haben alles in der Pfarrer. Ich hatte Karnik gepflegt. Ich war in meiner Tasche, in meinem Rotter. Und dann erinnerst du dich noch, oder? Und dann haben wir irgendwelchen Pfüttessigwein gekauft. Und dann haben wir uns selbst abgekotzt. Honigmeh. Was? Sohn ich nicht. Jetzt müssen wir darauf antworten, leider ist das nicht die deutsche Bahn. Ich weiß nicht, oder? Ja. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich weiß nicht. Ich kann 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 nicht. Die Sache heißen. Caroline. In Amo, na? Das heißt, auf will ich nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Was ist das denn wirklich süß? Lass mal hingehen. Lass mal hingehen. Alina, hol mal Essen. Doch. Alina, hol mal Essen. Nein. Wer ist doch fürs Alina Essen? Ich. 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 Willkommen im Partyship. Da geht der Job einfach nicht zu. Das geht gar nicht zu. Ich. 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 Das braucht es so. Dankeschön. Dankeschön. Nein, nein, das ist aber egal. Wedig vombardziej-Zone des Teams und vom Bundeskanzler Tag 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 Ich war schon richtig bereit zu rein. Geh mit! Warte, wer will dann das scheme sein? Warte, wer kann es bellen? Warte, ich werde das nehmen. Sch clock's in reserve. Warte, wenn했어요 überhaupt ihr spiel. Oh, ja, komm! Mississippi승l punto war Platz 7 h! Was ist denn noch für sein Lieber? Was ist denn noch für sein Lieber? Das geht doch nicht. Das geht nicht da schon drauf. Aber das war Bahnjürgen. Ja, aber die Hürde wieder. Wer könnte sich ernsthaft verletzen? Kein Jürgen Wirt? Das war sein Jürgen Wirt. Das war sein Jürgen Wirt. Das war sein Jürgen Wirt. Warum waren Jürgen Wirt? Ja, warum waren Jürgen Wirt? Der hat Corona macht nur mit der Nase an. Hast du gesehen, oder? Ja, ne. Ja, ne. So wie China. So wie China. So wie China. Heihundert. Heihundert. Warum endlich ist Haussetzung und Haussetzung? Heihundert! Haaaaaaaaaaa! Mano, ich dachte heute, ich hab noch nicht probiert, aber ich will. Tschüss. Magda. 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 Wo hast du Jojo gelassen? Magda. Hast du den mit Anzug oder was? Fabian. Schwierig. Wo hast du Jojo gelassen? Fabian. Magda. Magda. Okay, okay. Der hat gerade hier eingestiegen. Hallo. Na, wie geht's dir? Hast du Jojo gelassen? Fabian, wir mal. Wurde mal. Fabian. Fabian. Lass es nur kommen mit. Hallo. Hörst du doch nicht? Auf den Knacken. Wie geht es? Ist das nur ein paar mal? Ich bin ein Mann, den Wasser in den Lungen. Was ist das hier? Was ist das hier? Ich bin zu Hause gegangen. Ich habe mich dann noch mal geparkiert. Ich habe eigentlich schon das hier. Kannst du mich verändern? Ich habe mich schon mal sehen. Ich bin so, hä? Du bist das ja von hier. Aaron, der sieht uns auf den Karten. Ganz einfach. Sau, fack. Leo, nein. Was geht? Alles gut? Nein. Was ist das hier? Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, ah, Alter, jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch nicht, das war für mich letztens Picacho von der Pente. Ey, ich sag mal bitte, hier ist ja auch noch ein Rollband, ne? Oh, das ist richtig drauf, Alter. Ich weiß nur nicht, was noch mal nicht ist. Picacho, ich hab halt mit Picacho gekauft. Es wird zu heiß hier aus, ne? Und, ja? Warte mal, Picacho oder Picacho? Der sagt mir was. Fink weiter, ey. Du bist weiter raus. Picacho! Und da gibt's noch was. Einzig ist der erste, die liegt zu. Hast du deinen Freddy dabei? Ja. Wie immer? Wie viel? Wie viel? Was weißt du denn jetzt? Hier hat's wieder. Hier hat's wieder. Keine Ahnung, weil hier ist das. Du musst nicht losfahren, weil da irgendwas ist. Und dann darfst du einen schönen 16er machen. Könnt ihr euch ja beide befreuen? Ja, einen 16er machen. Das war ein Spaß. Immer noch. Das wär so blöd, aber auch. Aber so suchen, was? So. Also Marvin ist ja mit der Freizeit. Das ist geil, ey. Ist ja da einer? Hä? Also ich hab's heute begleitet, aber erst mal. Ich kriege ein Traumschiff, ja? Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Das war das, das war das. Was war das? Ja? Ja, ja, ja. Ich hab's heute noch nie. Ich hab's heute noch nie. Guck mal, ja. Ja, hoffentlich nicht, ne? Seit wann ist er denn hier, Werder? Ja, das ist ja gut. Nein, das ist ja gut. Was soll's? Das ist aber nur Freier. Das ist aber pleiter, ja. Das ist aber pleiter, ja. Nee, das ist ein bisschen komisch für mich. Ja, stimmt. Mario hat eine Tür auf. Ich schreibe mir deine Augen, weil ich bin da. Ja, da ran die. Und die 16.30 ist da schon. Sehr gut. Aber keine Krise. Ja, das ist ja egal. Ich muss auch gar nicht mehr. Klima-Hofen, alle. Die Lüftung ist aber immer die Klima. Das weiß ich nicht. Sie ist für mich. Sehr egal. Als ob ich die Klima machen werde. Ja, Mann, ich bin ja. Ja, Mann, ich bin ja. Boah. Du musst jetzt ein bisschen rost an die Krise rein. Digga, was ist? Ja, ich bin ja da fragt. Ja, das geht so nicht. Ja, der hat sich nachgeschrieben. Ich werde auch mal in den Dreck. Ohne Lust und Klima ist nur im Sommer ziemlich kackig. Das ist nur mal ein Tauschpunkt meiner Meinung nach. Ja, Mann, kann ja auch schon. Das ist ja auch schon. Ja, ich hab mir doch scheiße ganz einfach. Du weißt ja, du bist halt ein Büro, weißt du? Ja, ich hab mir doch einen Po-Fasser... Merzig und so ares auch gleich. Ne, Alina ist schon mal... Oh, das ist zu, das muss das nicht auf die Zwiebel. Das war mal an. Jetzt sind wir noch in der Pfanne zu kommen. Ich hab mir das jetzt nicht so gut. Ich habe das jetzt auf den Berg. Ich habe das jetzt nicht so gut. Herr Schoß. Nein, bitte. Ja, du bist ein Echtern. Ich hab das keine Züge. Ich mache Gas und sieh und erzähl mal sieh. Dann erzähl ihr über die man Urlaug macht. Ich soll das so klar auslassen. Erzähl das mal. Urlaug gerade auf die Wehlenk. Ich kann es nicht mehr als das mit dem Weg. Weil, das ist ja eine frische Brauchflöre. Und das Fahrrad ist nach vorne gegangen. Dann könnt ihr die Zigarette ausbreiten. Dann redet ihr aufs Maul. Direkt erst mal die Zigarette. Paprugel. Richtig, gerade Paprugel ist unserdlich als einmal geschlagen. Und dann will jemand raus, damit... Das ist das, was sie dann erzählen. Also, also... Also, was hat der hier drin? Also... Paprugel ist, äh, 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 äh... Der hat sich ja nicht gekauft. Tschüss, Spitzel. Nimm's lieber als Arme, Teufel. Ja, der Paprika. Ja, der Paprika. Paprika. Ja, der Paprika. Na, wir sind da. Da haben wir verfrügelt worden, ja. Na, so wie man auch, wenn der Raum geschaffen war. Das ist ja schon verfrügt. Nein, sie machen Spreit! Du stehst schreckt. Ja es ist ja recht, ja... Man... Ja, der Zirkus. Du kannst nicht nicht nur noch Platz rein, du kannst dich interessieren. Das ist Alina, sonst ein Kickenband. Jetzt fehlt noch eine Frage, wie er holt auf der Kiste Webversen. Ich freis noch! Ja, was ist Manu? Die ist ja noch mal der nächste Scheiße. Ja. Der Pilz ist in der Fuß, okay. Ich fühl schon, mein Verhältnis war auf. Das ist besser als ich. Die Pilze auf meinen Karten. Ich würde mich loswerden. Das war ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß, ich habe den Iran gewöhnt. Was ist denn da? Ich glaube, das ist ein Zufi jetzt drauf. Ich glaube, alle sind drauf. Was denkst du denn? Ich habe immer noch den Eindertum gestern. Das ist auch so. Dass wir irgendwie drüben müssen. Es fehlt noch nicht, bitte. Da ist ja auch hier verheiratet. Hey, das waren wir jetzt. Gestern an der Müller-Nen-Mann. Mach so ein bisschen. Am Schleger, Leute. Am Schleger, Leute. Am Schleger, so schön. Am Schleger, so schön. Am Schleger, so schön. Stupid. So schön. Wow, Walnut. Zurufe, so schön. Alisha, ich schicke sie das gerade drauf. Die sind scheiße. Ja, man wollte das gerade drauf. Ja. Ich hatte die einen Runde hier. Die sind scheiße. Ich habe mich irgendwie ausgelockt mit dem Bullerfahrer. Verreckt die bitte nicht! Oder wenn man nachkommt! Ne, man hat nur gesagt, wir sind in der Wand wieder Atompumpe! Das sowieso! Alina! Aufstehen! Aufstehen! Der Hammer! Aufstehen! 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 Wir müssen ein bisschen entschärfen! Ich kann nur mit den Leuten rausgehen! Aber Alina hat es auch verdient! Und? Weil dir bin ich mir nicht so sicher! Alina sollte man zu ihm erfahren! Ne! Ich sag nur die Wahrheit! Nächster Halt! Barmweg! Ab Barmweg! Wir sind in der Zweite in Richtung Kelling-Huten-Straßesflug! Frage ist die Mitglieder in Richtung Amrikadenstadt! Mit der Riechung von Kellen bis ansteigen! Und gleich gehen wir auf! Plan ist wieder verzeiht! 08.30 Uhr! Selbstweit, wir haben hier ab den Anschluss! Wir haben hier in Richtung Lange-Sitz-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz! Wir haben hier in Richtung Kellen-Huten-Straß-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange-Sitz-Lange ... und anderen Ehrwachen. ... und anderen Ehrwachen. ... und anderen Ehrwachen. ... und die ES-KM835. ... Druck muss rechnen. ... und die DT4-Berfache. ... und die DT4-Berfache. DT4-Berfache. ... und die H-Lotten? ... ja. ... ja, natürlich. ... und das ist die Ehrwachen. ... und die Ehrwachen. Wir haben das nächste Jahrhundert. Genau, rein unser Rest KillUND. Ja, der Ton hat es seltsam sehen. Das ist öfters Standard. Das war schon auf einem Campus影片. Aja, ja. Da faszinierbar ¡Oh, Scheiße! Ich hab gehört, irgendwie ist Prenz am Eis. Ich hab gehört, dass Prenz am Eis war. Jetzt ist er nicht der Tritt. Oder? Schade. Weiß man schon was? Warst du wieder weg? Hab ich selig gedacht. Schade, ey. Vielleicht wird ASEA fürs Mediterrn nicht so. Alles gut. Ich mein, ich seh dich. Ich fang da gut. Wie ist denn Sonnenschein? So, jetzt ist das. Die Sonne geht wieder auf. Nein, deswegen ist es mir so egal. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Wie solltet ihr stehen? Das weiß ich noch nicht. Ja, mal da, mal hier. Alles gut? So, Alina ist gut. Alina hat schon wieder geschissen. Ja, nein, aber genauso. Ich war besser und dann war größer geworden. Ich verspreche dir nochmal die Einfahrt, ja. Ich verspreche dir nochmal die Einfahrt. Die Einfahrt verspreche dir nochmal. Das war Alina. Das war Alina. Ey, ich bin hier ganz ehrlich. Ich verspreche dir nochmal die Einfahrt gesetzt. Erzähl dir das. Aber was ist denn die Scheiße? Nein, 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 nein. Ich verspreche die Einfahrt. Ich verspreche die Einfahrt. Ich verspreche die Einfahrt. Genau, weil ich eigentlich als Kortofahrer rauslassen wollte. Und dann habe ich ihn gar nicht gesehen. Na egal, für mich hat einer gefahren. Ich verspreche die Einfahrt. Ja, der war auch so. Ich hab die Trennung da. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Was ist das denn schon? Ich hab die Trennung. Ich hab die Trennung. Was hat der Klapp? Ich hab die Trennung. Ich hab die Trennung. Ich hab die Trennung. Ich hab die Trennung. Setz dich einfach auf. Weil Joe muss alles ernst nehmen. Muss richtig, muss genau nehmen. Wie wäre sonst gekommen? Leho, hast du das? Ich schaff dich auch. Die Disco hat's in meinem Jahrgang abgenommen. Komm, beim nächsten Video. Komm, beim nächsten Video. Komm, beim nächsten Video. Ich hab damit nichts zu tun. Nein, das kam vor allem raus. Er hat es mir geschickt. Er hat es mir geschickt. Ich bin hier, weil er ist mir geschickt. Und ich bin auch hier. Und ich bin auch hier. Ich hab mich gefragt, ob sie was will. Ja, ja. Nein, okay. Das ist geil. So, ja. Irgendwas ist das. Ja. 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 Oh nein! Warte, der heißt Henry! Der will fragen, wo wir sind. Das ist das Kind, das wir machen. Henry, Henrys Herr, der Gart. Ja, ich weiß, das war zweitermal. Was ist das denn? Ey, sag mal, der muss werken. Der soll Hannover sagen. Oh, ich weiß, der wird doch schon mal hin. Anika, schreib ihm das mal. Wenn das Kind zur Schule geht, dass er auf diese Schule geht. Schreib ihm das mal, weil Martin hat seine Saal überrollt. Das ist nicht großartig alleine gemacht. Ach so ein Kind, jetzt haben wir es gereinigt. Nein, 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 nein. Ja, im Moment ist er nicht bei euch. Das ist so greif. Ich hab's doch was abgeholt. Das ist voll abgeholt. Das ist voll abgeholt. Also, das ist recht, ja. Also, das ist voll abgeholt. Ja, das ist voll abgeholt. Ich hab' keinen Stanz mehr. Ich hab' einen so, wie in den Tüten. Digga, da war das so kümelig die ganze Zeit in den Halbberg. Ich hab' das so richtig sauer gemacht. Die haben wirklich nicht so schlimm. Soh' mal. Es ist eh klar. Ja, ja! Oh! Pass auf, ich fände da einer hin. Lass sich alle hin. Ne, es ist absolut. Abseits haben wir nur ein Kind. Naja, aber ich habe was Spätchenes. Ich mag doch, du kennst ja schon. Du kennst das doch noch ein bisschen. Ja, das kriegen wir hin. Ne, eigentlich am Schnee. Am Schnee vor allem. Aber ich muss sagen, die Hochbach hat die Fahrzeuge. Absolut. Du bist teilweise richtig am Knall. Ich habe heute den letzten Mal gesehen. Vor euch gemacht wahrscheinlich. Vor euch gemacht wahrscheinlich. Also man hat's mir gesagt, das ist nicht unsicht. Sie muss die Heizkern in der Klasse. Wenn du sonst nicht sagst, dass es oft geht, dass das auch noch eine Tockerschule bringt. Ja. Ey, du hast den Kopf von hier oben. Der Kopf von hier oben, der sucht nicht der letzte Wagen. Ja. 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 Ich habe die erste Achtung von dem Land. Die haben die Gefahr, aber die Regenbüro nicht ganz mitzuziert. Das ist die ganze Zeit mit. Wir haben um die Regenbüro nicht ganz mitzuziert. Wir haben um die Regenbüro nicht ganz mitzuziert. Zeig ihr mal das Video von Maro. Bei 8,21 ist ja nicht mehr da. Das ist mit heute auch. Das ist das, was wir da haben. Ich habe fast die Schleife. Was war das denn? Ja, aber viele haben auch in der Friedhof. Friedreich Nord. Oh, das ist da im Vornweg, genau. Der Vorn? Ja, das ist ganz normal. Ich auch, der wollte ich nicht sagen. Die wollten mit mir in den Friedhof. Das ist die Zweifel. 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 Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Das ist das mal. Was ist da eigentlich daran? An Nina. Das war gerade ich. Du musst das auf Anina schieben. Ich habe das gestern passiert, dass der Fahrgast auf Fahrer. Alle zwei Zellen gefahren. Ja, ich will da nicht. Weil der Fahrgast auf Fahrer gefahren wird. Weil der Fahrgast auf Fahrer gefahren wird. Ja, ich will da nicht. Ja, ich will da nicht. Was? Was? Aber irgendwie brauche ich auch mal Spaß. Nein, jetzt nicht Spaß. Nein, jetzt nicht Spaß. Nein, 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 nein. Das ist besser. Das ist besser. So ist das nicht mal mein. Das ist besser. Ja, ich habe noch mehr. Das ist alles. Das ist noch mal eine Tour zusammen. Hallo. Das ist ja verrückt. Das ist ja nie eine Schnellzugvergabe. Aber kaum. Ich habe heute noch damals in der Vorstellung. Das ist schon schwer. Glaube ich. Ich habe gerade noch 25 Millionen. DT3. Aber das geht ja schon mal. Das hat sich Tore kommt hier. DT3. Dafür, dass ihr Lieblich jeden Monat eine halbe Stunde los macht. Wie lange geht das nicht? Ernst auf mir? Ja. Ich brauche mal. Ich brauche die Krankheit. Das ist doch eine Kampfpreisekarte. Ah, okay. Also die haben 10 Billing erhalten. Ja. Javi, wir brauchen noch noch. Du bleibst hier. Wir haben ja auch lose bei der Hochkampfvergabe gegen Gebiete gewonnen. Weil die mit Kampfpreisekarte waren. Ja. Und der Hochkarte das Gelbe vom All versprochen hat. Habt ihr sie schon mal auf Text 61 und 65? Nein. Sollten aber, ne? Ich sehe sie gerne noch nicht. Oh ja, nein, nochmals. Wir fangen sie auch nicht vor. Nö. Aber es waren noch viele da. Jetzt sehen wir noch die Projekte. Warte hoch. Keiner auf? Nee. Scheiße. Ja. Was? Aber ich muss sagen, wenn es jetzt kommen kann, dass der Fahrer linken und hart wird. Aber gut zu wissen, dass es jetzt weiß. Scheiße! Du gehörst es nicht. Ja. Ich will noch fragen. Ich will noch fragen. Wolltest du mal was sagen? Wir haben eine Zugvergabe bekommen. Ja besser ist das. Ich hab keine guten Sinn. Ich will die Scheiße nicht. Bitte, bitte. Die 21 hat die 2. Was los? Ich bin da. Und sogar 4. Ich hoffe, ich habe einen Kickballer. 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 Charmin, was hast du angestellt? Das ist jetzt anders, ne? Ich habe einen Kickballer. Ich mache den Kickballer. Ich habe einen Kickballer. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe einen Kickballer. Das ist ein Kickballer. Dieses Gerät. Ich habe einen Kickballer. ... bis zum 26.8. Ja, ja. 26.8. ... bis zum 26.8. Ja, das ist ja... Okay, das ist ja... ... bis zum 26.8. ... zwei auf zwei. So, ich fange die Sitzel von der Rücksleckung nach vorne. Wir machen alle Fahrgäste, ich mache bitte erstmal alle aufzusteigen, um Fahrgäste, die bis jetzt nicht die Müsse als Spitzung einzusteigen, ... die Müsse als Spitzung nehmen, einmal noch eine Runde mitfahren, das ist ja die letzte Runde... ... dasselbe ich vorher... ... einfach mal raus... ... so ganz schwer... ... ja, das ist schwer... ... macht mir keine Sorgen, ich habe mir gleich... ... echt? ... jetzt auf die Frage... ... nein... ... wie ist es aus, wir haben... ... wir haben bloß hier ein Tor... ... nein, ich bin nach Hause... ... einmal raus... ... also... ... also, ich bin vielleicht einen halben Meter... ... und dann... ... hast du die Sitzel? ... ich steig noch... ... nein... ... nein... ... ja, ich muss mal sehen... ... vielleicht gehen auch... ... dann ist es... ... wenn wir brauchen... ... also bei dem Wetter... ... ja, will ich sagen... ... das ist ja... ... ja, da ist ja... ... ja, da ist ja... ... aber ich habe jetzt noch mal... ... oder du bist da deine Nummer an... ... also... ... wie du heißt... ... ... oder was? ... ... ach, man... ... einen... ... ... ... ... ... ... Ich kenne nicht eigentlich. Ah, 74? Was? Auf der 74? Nein, nein. Ich hab da schon gesagt, man hat wieder alles genossen. Ich kenne Sie nicht. Ich fchte es mal. Ich фahne den Dingen. Ich fahre für alle in das Handel jetzt! Ja, ich kann dich.